Die Rettung von Aerys geht vor, nicht wahr? Ja, wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Ob Hojo auch da drin ist? Vermutlich ja. Da drin findet gerade ein Meeting statt. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühl mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich geh vor. Oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten drei, fünf und zehn Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt bis... Dann warten wir jetzt bis... Wir sind da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nein, er ist direkt vor mir entlang spaziert. Ich habe mich so erschreckt, habe glatt meinen Teufel... Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Plätze 7 wird... Wird nicht stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben... Das Stichwort heißt hier... Neo-Mitgar. Im verheißenen Land... ...werden wir eine neue Mako-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter. Aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja... ...überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie! Überlass das bitte mir! Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Hüt, hüt! Wie du es tust, ist mir egal. Aber... ...wenn sie endet wie ihre Mutter... ...bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja... Spannend, nicht? Wenn das alles ist... Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher! Das war's. Was? Das war's. Wir haben Two-Hebens-G beeinflusst! Wir haben einen Power-Bedit-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp-zirp. Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht? Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schusse. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Erst einmal werde ich... Nein. Ich sollte doch lieber... Obwohl... Vielleicht doch lieber das... Hm... Moment. Stehen bleiben. Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also führe uns brav rein. Hm... 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 Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall... Ich glaub, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also... Verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aerys? Oh... Ihr kennt sie also. Sehr interessant. Hm... Ah, verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich hab mir nur vorgestellt... Was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Gnade... Gibt es nicht. Gnade... 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 Geh... So, das war's gut. Verzieh dich! Jetzt habe ich hier das an. Das zur Vorarbeit geleistet. Jetzt das Leben. Das war's für heute. Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich jetzt versteht. Das war's dann. Ich hab's nicht übernehmen! Ha! Nein! Das darf doch nicht sein! Ich gebe nicht auf! Hier! Ich mach das! Und jetzt will ich! Dein Einsatz! Nicht übertreiben! Ich hab's nicht aubergebracht! Okay, ich verlese! Ich habe nichts über sie. Ich bin mit dem Angriff! Ich bin mit dem Angriff! Ich bin mit dem Angriff! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Nichts überstürzen hier. Das stimmt nicht. Machst du im Finale. Das ist nicht komplett. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das war'sicher. Was ist das? Was ist das für dich? Was ist das für dich? Das war's für heute. Das war's für mich. Ich bin allein auf der Seite. Viel Erfolg! Ich bin allein auf der Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Lass, verfolgen wir auch schon. Lass, verfolgen wir uns. 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 Eris! Lass, verfolgen wir uns. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Nicht übertreiben! Ah! Ah! Wunder! Wie macht dich achten? Ich... Scheint, als hättest du dich verkalkuliert! Hm... Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Oh... Diese Augen... Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich... Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hey! Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Wenn dem ist's... In der Kopf! Ja! Ihr seid gekommen! Ja. Aeris! Tiefer! Wir reden später. Mein Einsatz. Das war's. So eine Schande. Jetzt gehörst du mir. Aber leider schaffe ich das nicht. Wir schaffen das. Bereit für mehr? Wir machen das. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barrett. Da geht noch was. Geh dir den Spießhoch. Verzählig. Los, gib alles. Geh dir den Spießhoch. Los, die Spießhoch, gib alles. Hör dir den Spießhoch. Das ist unsere Chance. Ich kann noch kitzeln. Hier! Ich zieh mich zurück. Genug. Das ist vorbei! Ich darf nicht! Verdammt! Du musst durchhalten, Mann! Hey, alles okay? Übernimm mal! Wir schaffen das! Versuch's! Über alles! Aerith! Alles okay? Ja, danke! Bin ich froh! Verschwinden wir! Was war'n das bitte? Los! Aerith! Was jetzt? Ihr nach! Komm, dress! AS Bears�ei! Oigen, dein Ba通 ist die Bage. Is das... Was verstehe sein? Was aber meine Filmmen, nicht du selbstВыfliegenst? Ich behalte mich bei Ihnen zurück. Der ist alles super! Schiff schiff. Ja, mach Willst du den Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Oh, oh, 13. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Äh, und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So, Mist. Was nun? Gönn! 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 Ich bin gekommen. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Roboter, sie sind wieder hier. Klaude! Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Wird ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Dann, betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig, für die Balance. Man darf nicht nur nehmen, man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Claude! Na endlich! Du bist wach! Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Aber nichts ist verändert. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Ich habe dich bis hierher getragen. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Ich habe dich bis hierher getragen. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Eris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Eris? Gibt es das wirklich? Ha, gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn wäre es euer... Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Mako da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? Ha! Diese gierigen Raffzähne. Claude? Du wirst Eris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barret, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Mäuren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die Heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Das Planeten. Von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheiß-Mäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Aerys mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, ähm... Wisst ihr... Aerys! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen für die Menschen. Diese Welt! Sag, Aerys, was weißt du genau? Im Moment, so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Mäuren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Endlich hab ich euch gefunden! Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Äh, aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine... Explosion? Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Der war leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde der Alarmzustand ausgerufen. Die Zugänge werden verriegelt. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuiert. Wir stecken hier fest. Die Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da warntet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wetsch. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett. Er hilft uns. Hä? Zuhause wasche ich in den Kopf.